Hi Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video spielen wir ein neues Horror-Game und zwar Nine Chills Street, die Demo-Version. Ich weiß nicht warum, aber es ist auf jeden Fall die Demo-Version. Dennoch erkläre ich euch kurz die Story. Wir müssen in ein Haus rein und das erkunden. Wir werden jetzt gespawnt und müssen das Haus erkunden. Ich würde sagen, Leute, let's go. Hier ist nochmal die Story. Das ist ein ganz normaler Boy, der 9 Jahre alt ist. Nach seinem Geburtstag hat er angefangen, merkwürdige Sachen mitzubekommen. Und eine Nacht sah er Licht im anderen Haus, was gegenüber war und hat dann den Entschluss erfasst. Das Haus zu erkunden, das sind wir jetzt. Wir sind dieser Armin. Let's go, meine Damen und Herren. Ich bin sehr, sehr hyped. Oh, das hat aber eine geile Grafik. Get into the house. Okay, hier können wir nicht durch. Hier können wir nicht durch. Ja, hier, guck, hier ging es darum, Leute. Hier ist Haus. Hier ist Licht im Haus an. Das ist halt die Sache, die ein bisschen merkwürdig ist, die ihr auch merkwürdig findet. Komm, let's go. Ist abgeschlossen. Also wirklich, die Grafik sieht sehr, sehr schön aus. Wir versuchen jetzt ins Haus zu gelangen. Aber wenn wir vorne nicht rein können. Vielleicht ein Fenster. Okay. Ne, da passiert nichts. Da drin geht einfach Ventilator, also an der Decke. Hört ihr diese Geräusche? Oh mein Gott. Es geht auf. Wir sind in der Küche. Eximen the room with light on the second floor. Ein Stockwerk über uns. Und zwar da oben ist das Licht an. Aber wie kommen wir hier hoch, ist die Frage. Hier hoch komme ich auf keinen Fall. Ach, du Scheiße. You can see the object in the menu is. Digga, das Bild. Was ist denn das, Alter? Kann ich hier rein? Nein. Ich habe Angst, Leute. Die Musik gibt mir schon so ein ganz unwohles Gefühl. Wir sind ja in der Küche. Da oben ist schon wieder so ein Bild. Das sieht man wahrscheinlich die Familie. Wasen und Teller und sowas. Hier ist nirgendwo etwas drin. Scheiß drauf. Kacke. Licht geht nicht an. Noch so ein Bild. Also hier ist es ganz unwohles Gefühl gerade, ne? Die Küche war hier gerade. So, wir gehen eine Etage weiter. Was ist das? Warum? Was? Warum ging jetzt der TV an? Mach, geh aus. Warum ging der... Ich mach den aus. Alter. Hört ihr die Musik? Oh. Ey, Leute. Oh, ich hab Angst. Ich hab grad so ein unwohles Gefühl hier gerade. Oh mein Gott. Aber ich komm hier doch gar nicht hoch. Wie komm ich hier hoch? Eximente Room with Light on the Second Floor. Ja. Aber wie komm ich hier hoch? Hab ich nun... Hä? Okay. Ich glaub, wir gehen mal hier hinten durch. Oh, die Toilette. Oh mein Gott. Das ist ganz schön creepy hier. Die Bude. Die Bude ist ganz schön creepy. Digga, wer war denn hier? Scheißen. Oh, ich fühl mich... Also, Leute. Ich versteh's nicht. Wie soll ich denn hochkommen? Zu ist das hier, ja. Aber ich muss doch irgendwie die Etage hochkommen. Digga, was ist denn das für ein Creepy in der Bude? Nix gegen die Milch oder gegen das Bier oder was das sein soll? Aber hier ist einfach ne Puppe, Digga. Im scheiß Kühlschrank. Hier kenn ich jetzt auch nichts. Mir ist das egal, jetzt. Hä? Warum? Leute! Meine Lampe fängt an zu flackern. Und aus und an zu gehen. Warum? Ey. Leute, was ist hier mit meiner Lampe? Ey. Ich hab... Gerade ist es überhaupt nicht schön. Ach so, okay, jetzt. Ich hab sie mal aus und an gemacht. Und, äh, ich... Ach, lol. Das ist ja ein Gang. Leute, das ist ja einfach... Leute, hier ist ein Gang. Ich hab gedacht, das wär irgendein Schrank. Oh mein Gott, es geht sogar die Treppen hoch, wo das Licht an ist. Da kommt einfach ein Ball mit... Sogar ein Nike. Ein Nike-Ball kommt von oben runter gekullert. Na, ach du Scheiße. Was ist das hier? Hello Jack, I am a long time fan of yours and really love to you. I look to get it. Okay, äh... Möchte... Ähm... Er mag die Arbeit von dem, der hier im Haus wohnt. Und möchte eine exklusive Puppe. Zu. Ich kenn nichts, Leute. Wir gehen hier einfach hoch. Ach du Scheiße. Guck mal, wie böse der guckt hier. Ach du Kacke, ist das... Das ist so creepy. Es ist so unheimlich hier, ne? Was ist... Oh, die Waschkammer hier, hä? Was bist denn du für einer? Oh nein. Hier. Leute, hier ist die Treppe, wo der Schrank davor steht. Alles klar. Oh mein Gott, hier hat jemand geklatscht. Hier in der Bude hat jemand geklatscht oder sowas. Alter. Das ist super unheimlich hier in der... In der Bude. Was denn? Wer klatscht denn hier? Oh nein. Alles klar. Ich wollte gerade... Wir sind ja hier, weil wir das... Äh... Den Raum explainen... Den Raum untersuchen sollen. Wo hier einfach mal das Licht an ist. Ja, jetzt wird vor mir die Tür zugeschmissen. Ach und das Licht wird auch rausgemacht. It was rating for you. Nein, was denn? Alter. Es... I was rating for you. Irgendjemand hat auf uns gewartet und hier steht ein Sarg in der Ecke. This is for you, Armin. Also ist das mein Sarg. Ich trau... Lief der Haus. Da stand einfach, wir sollen das Haus verlassen und so ein scheiß Schatten kam auf mich zu. Raus aus der Bude. Wo geht's hier runter? Wo geht's denn hier runter? Ja, bei diesem komischen Hässlern. Hä? Hä? Leute, bin ich blöd? Sind wir nicht hier hochgekommen, wo ich dem ins Gesicht geguckt hab? Na. Hä? Ist die Treppe jetzt frei oder wie? Hä? Jetzt ist die Treppe frei. Wo geht's hier aus der Bude? Wo geht's hier aus der Bude hinaus? Oh mein Gott. Aus dem Hintereingang sind wir doch reingekommen und jetzt ist das Ding zugenagelt. Ach du Scheiße. Na, ich kann mich auch gleich einen Strick holen, Alter. Oh Gott, wer ist will, du? Der Ball. Der Ball wird gegen die Tür geknallt. Nein. Mach. Digga, ist das creepy. Hier rennt irgendjemand. Mach das Brett auf. Hier schreit wer. Ein Baby heult oder irgendwas. Find the source of crying. Wir sollen den Grund finden oder... Woher, woher... Ja! Halt's Maul jetzt, ich komm doch! Hä? Ich wusste immer, dass die Kinder mich nicht attraktiv haben. Die Kürze, die Gäste, die Gäste, die Gäste und die Gäste... Sie haben immer... Du wusstest, dass die Kinder dir... ... von dir angezogen sind. Was bist denn du für eine perverse Sau, du? Ah! Da war ne Hand! Wo kommt das Geschreie her? Oh nein. Help us. Der Kiefe, der Kiefe, der Kiefe ist above the TV. Ja. Der hat die Kinder hier eingesperrt, dieses dumme Stück. Na, halt's Maul. Hinterm... Äh, beim Fernseher. Wo kommt die Musik her? Ey, ich kack mir gleich in die Hose, ne? Above... Boah, jetzt hängt hier im Zettel dran. Louis lives Steve one, Bullter is like. Steve is new. Okay. Digga, das ist so ne perverse Sau, ne? Über, übern Fernseher. Above, da oben ist der Kie. Wie komm ich denn an? Ich komm da nicht ran. Ich komm nicht an. Ja, ist doch gut. Ich will ein Schlitter. Hä? Was? Es ist schon mal ein Schlitter. Mann, geht doch ein Schlitter. Ich komm nicht an. Ich komm nicht an. Ich komm nicht an. Ich komm nicht an. Ja, ist doch in Ordnung. Ich komm nicht an. Ich komm nicht an. Ey, Digga. Das kannst du mir nicht erzählen. Na, Hals, Maul. Jetzt leuchtet's hier rot oder was? Ich hab einfach den Stuhl genommen. Was IQ-Plan? Ich hab'n Schlüssel. Hab' ich ihn jetzt? Ja. Um Gottes Willen. Der Schrank hat sich jetzt von der Treppe zur anderen Treppe teleportiert. Was ich bis jetzt nicht nachvollziehen kann, wie das möglich ist. Dennoch werde ich euch jetzt befreien. Leute. Oh Gott. Ja, Leute. Ey. Wo kam nochmal das Geschrei her? Von den Kindern. Ach, hier hängt ein Schrank. Ich werde bald sterben. Das macht mich nicht wirklich schade. Ich will den letzten Job. Okay, connect die Kinder so. Dass sie perfekt leben leben. Peacefully. Okay. Na, Hals, Maul. Was ist denn das für eine kranke Scheiße? Was? Ach, du Scheiße machst. Leute, was ist denn das für ein Ding hier? Hide. Mach's Brett jetzt auf. Nee, ich versteck mich hier sicherlich nicht. Call John tomorrow 2 p.m. Ja, ist mir egal. Call ihn doch. Hier war ich schon. Wo waren die Bude von denen? Ach, hier. Hier hat er auf uns gewartet. Also, ich weiß hier gerade nicht, was ich noch machen soll. Ich hab doch gemacht, was ich machen kann. Was ne kranke Scheiße hier, Alter. Ist hier irgendwas drin? Nein. Nein. Auch nix drin. Was sollen wir denn machen? Hier. Hier können wir nichts machen. Gerade nimmt es mir irgendwie die Angst. Bin ich dir ganz ehrlich, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Och, ich hab mich... Wir gehen nach unten, wir suchen. Hier, Rot. Oha. Die Sounds werden lauter. Was ist jetzt los? Was ist los? Was ist das? Oh mein Gott. Leute, ich wollte gerade jede Tür abchecken. Das ist die Tür, die nicht aufging am Anfang. Hier geht's in... Oh mein Gott, hier geht's ja in den Keller. Ich erstimm. Ich erstimm. Was ist da hinten denn los? Was ist da hinten denn los? Was ist denn... Was ist denn... Ach du Scheiße. Oh, was war das? Nee. Also, wir waren die ganze Zeit im Traum. Wir haben einen Traum von ihm gespielt. Aber ich muss sagen, auch wenn die Aufnahme jetzt hier eine Dreiviertelstunde ging, geiles Spiel, geiles Spiel. Und jetzt hat sich einfach herausgestellt, dass das in-game ist. Sehr nice. Wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, lasst eine positive Bewertung da. Das war's und ciao.